Fast ein Viertel der Bundesliga-Saison ist vorüber und der FC Augsburg ist im Soll. Dennoch war die Stimmung auch schon einmal besser. Nach zuletzt zwei Niederlagen muss daheim gegen den SC Freiburg mal wieder ein Sieg her. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht. Der SC Freiburg ist in dieser Saison noch sieglos. In Sicherheit wiegen will sich beim FCA aber niemand. Im Gegenteil, Trainer Markus Weinzierl hat höchsten Respekt vor den Preisgauern. Direkter Konkurrent, dass sie schwer zu spielen sind, dass sie unangenehmer Gegner sind, dass es wieder ein enges Spiel wird, steht außer Frage. Und da müssen wir einfach 100 Prozent abrufen, unsere beste Leistung zeigen, da anknüpfen, wo wir im Heimspiel gegen Hertha BSC aufgehört haben. Nicht eingreifen kann Ronny Philp. Er hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt wochenlang aus. Dafür könnte aber Sascha Mölders sein Comeback feiern. Sascha Mölders ist so, dass er jetzt seit ein paar Tagen wieder im Training ist. Dass er natürlich ein Spieler ist, der immer alles gibt, der sich reinhaut, der arbeitet. Das ist uns klar und deswegen werden wir entscheiden, wie er dann eingesetzt wird oder eben nicht. Aber er ist im Kader. Verzichten muss der FCA jedoch auf Tobias Werner. Der Leistungsträger muss eine Gelbsperre absitzen. Aber ganz egal, wer ihn ersetzt. Am Ende zählen nur die drei Punkte. Aber ganz egal. Untertitelung des ZDF, 2020